5, 4, 3, 2, 1 Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages sagen würde. Die letzte Mission vor dem Mars. Und doch sind wir nun hier und treffen die letzten Vorbereitungen für die lange Reise. Hässt du bitte das Licht an? Ei, ei, Captain. Du wusstest, dass deine Mutter eines Tages abreisen wird. Hast du deshalb viel Angst? Ein bisschen Angst? Ein bisschen Angst. Wir haben noch nicht viele Frauen gearbeitet. Du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein. Du solltest ihnen sagen, sie soll dich etwas entlasten. Was weißt du über meine Kernkompetenzen? Warum ist es dir eigentlich immer so wichtig, dass sie normal ist? Wir waren es doch auch nicht. Stella? Was soll das? Du hast mir Angst reingejagt. Geh weg! So etwas gibt es nicht. Einen perfekten Astronauten. Und genauso wenig gibt es eine perfekte Mutter. Fliegst du morgen Abend los? Mama, ich vermisse dich. dich принältst du machen. Und genauso wenig gibt es für treball. impe know ich hiervoor. Das ist